heute geht es weiter mit pflanzen gegen zombies dach level 4 ja ich habe schon ewig nicht mehr aufgenommen für mich für euch ist es natürlich überhaupt nicht lange her denn ich habe viel vor produziert ist aber auch egal weiß gar nicht mehr was wir als letztes bekommen haben da ist dieser dumme leiter typ ich hasse den was soll ich denn alles bitte mitnehmen das ist es gut sieht mir jetzt war gerade mega scheiße aus aber wir werden das schon schaffen ich glaube an mich ausnahmsweise acht scheiße drei wellen ja jetzt ist glaube ich laut genug hoffentlich denn ich kann er kann das halt nie einschätzen auf jeden fall muss ich 33 rein bestimmt zwei rein sonnenblumen bauen sonst reicht es halt überhaupt nicht dafür habe ich ja die mine und jetzt ich kann es auch mal hier sagen ich habe ja auch instagram das habe ich glaube ich in dem lp nie gesagt da heiße ich halt nintendo unterstrich gamer unterstrich 619 da kommt zwar nicht viel oder auch nicht oft etwas aber trotzdem kann ich es ja mal gesagt haben also wenn ihr wollt könnt ihr da mal gucken ach komm warum kommt denn da oben jetzt schon so einer weißt du was da kriegt eine mine ich kann ja schon mal anfangen hier vorne in den stein zu setzen da muss eh einer ein ja na klar kommt direkt da einer hin das ist doch mist tötet den doch macht warum macht er bei mir fast nie butter das ist doch mist so ein zweiter schön dass du das auch mal machst das ist toll da oben noch einer ich komm das ist doch so ein mist warum höre ich nur dieses fressgeräusch aber keine musik doch die musik ist aber safe an ich habe da oben jetzt einfach den stein hingesetzt mir auch ein bisschen egal gerade ach man jetzt habe ich mich auch noch verdrückt und ein moment ein moment hier kommt der erste magnet hin ich hoffe dass er die leiter abzieht und nichts anderes denn das andere bringt mir dann nichts nimm die weg danke denn ich habe keinen bock jedes mal den stein zu entfernen und dann einen neuen dahin zu bauen noch ein paar cooler pulte denke ich machen noch eine also ich weiß nicht ich finde die magneten eigentlich relativ stark noch die ganze reihe vorne voll der eine stein ist zwar schon so gut wie tot aber solange er noch steht reicht es ja weiterer magnet so werden die leitern immer schön gleich abgezogen und dass der stein in der mitte immer noch nicht gegessen wurde ist echt gut ach ich brauche doch hier einen blumentopf Junge wie kaputt die steine sind ich glaube ich entferne schon mal einen damit der cool dann schon mal runter geht das werde ich nicht schaffen das alles standzuhalten ja da ist der erste weg kann nichts tun außer meine verteidigung ist stark genug und ja tötet ihr immer rechtzeitig hier ist schon der nächste stein ach da oben sind ja noch mehr kaputt naja egal so so Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich hoffe, weil ich war ja jetzt die ganze Zeit leise, das hat man wahrscheinlich gemerkt, oder halt nicht, weil ich versuche jetzt mal eine Zeitraffer-Funktion einzubauen. Gießkanne, jetzt kannst du den Seengarten-Modus spielen. Hey, schau mal, du hast eine Gießkanne gefunden. Aus diesem Anlass präsentiere ich dir deinen eigenen Zen-Garten. Ich mach schon mal den Anfang mit Zizi groß und sie werden dich gebührend belohnen. Viel Spaß. Muss ich das jetzt echt machen? Ich will lieber weiterspielen. Den hätte ich euch doch noch am Ende des LPs zeigen können. Ja, denn hier kann man sich ein bisschen... erspielen, sag ich mal. Zwar nicht viel, aber ja, jetzt muss ich was kaufen, nämlich dafür, für 750, glaube ich. Ja. Damit die, der mein... Ach, der hat mir das geschenkt. Ja, egal, weiter. Level 5. Du schon wieder. Der Seengarten ist ganz schön schick, was? Du kannst ihn jederzeit vom Hauptmenü aus besuchen. Aber jetzt genug davon. Es ist Zeit, dein Haus zu verteidigen. Ich muss dich aber warnen. Das nächste Level wird dir nicht schmecken. Warum? Du bekommst es mit Unmengen von Bungee-Jumpies... Bungee-Jumpies? Okay. Bungee-Zombies zu tun. Ich hasse diese vermaledeiten Bungees. Ich hasse sie. Ich hasse sie von Herzen. Und wie die Pest. Heidewitzka, da kommen die Blödmänner schon. Ne, heute ist mein Deutsch noch schlechter als sonst, aber... Ist okay. Zwei Wellen. Hallo? Ich hab nix. Ach, ich erinnere mich. Leider. Das wird eigentlich, wenn wir ehrlich sind, ein... Dingens ohne Ende. Ja, hier... So ein Schnapper fressen ohne Ende. Warum ich den da oben hingesetzt... Unten hingesetzt hab, keine Ahnung. Wirklich überhaupt keine Ahnung. Ich kriege nix. Ja. Ich will die jetzt eigentlich noch nicht benutzen, die Kirschbombe. Hier kommen immer mehr. Das ist doch scheiße. Ich meine, die können da durchfressen. Ich hoffe immer. Ja, können sie. Jetzt haben wir auch endlich mal überall mindestens eine. Das ist doch toll. Ich kriege aber nix weiter. Hallo? Das ist doch Mist. Wisst ihr was? Hier. Wenn ihr das so wollt, dann kriegt ihr es zu. Ich weiß auch gar nicht, was ich mit den ganzen Blumentöpfen und so soll. Ich kann ja den hier mal wegspringen. Ja, aber ansonsten. Durch drei Dinger können sie eh nicht fressen. Das heißt, das bringt mir eigentlich überhaupt nix. Das ist jetzt meine vollständige Verteidigung. Und mehr kann ich nicht machen. Deswegen, denke ich, bekommt ihr jetzt eh wieder einen Zeitraffer. zum Beispiel. Du bist gut. Ende. Irgendwie sind diese Kämpfe immer so langweilig. Knoblauch, leitet Zombies in andere Reihen um. Ja, mehr schaffen wir heute nicht. Vielleicht hänge ich ja doch noch was dran. Kommt drauf an, wie lang das jetzt ist. Ja, mal gucken. Aber ich sage erstmal, bis zum nächsten Mal. Tschüss, bis dann.